Das ist ungewöhnlich. Wenn wir 12 Tasten sind, dann hat er 1000 Menüs mit da drin. Eins kann man haben. 1000 Tasten oder 1000 Menüs. Da sitzen die Leute hier oben. Also ich... Die neuen Gesu oder... Einen der leichter zu... Aber die kosten es hier auf 1000. Der neue... Der neue TS 990 von Gesu. Der ist jetzt aber Kenwood. Ja, Kenwood. 1745. Ja, da ist... Das sind nur Tasten. Ja, das ist ein bisschen zu viel. Ja. Also 1745 Euro. Mhm. Bei DART jetzt. Bei DART jetzt. Bei DART jetzt. Bei DART jetzt. Aber die kannst du mal mit dem Fohlen eben besorgen. Den TX-Equalizer kannst du doch trotzdem machen. Ja. Das ist nicht das Ding, glaube ich, oder? Ja. Es soll ja nicht... Im Schack bei Werner sollen ja nicht 100 Geräte mehr stehen. Man soll komplett... ...kompakt... ...das dastehen. Ja. Ja. Das ist 18-20. Und der VDB... Hast du dein Objektiv zugeklebt da? Nee, nee. Da ist nur eine Klappe kaputt. Das findest du unter Z35.org. Brauchst du nur einzugeben. Oder hast du noch DOS 2.11 von gestern? Da steht das drin. Ja, da steht das drin. Da hat sie das doch gesagt... Ja. Sonst wüsste ich das doch gar nicht. Sie hat das gesagt aber nicht. Sie hat das... Werner, gib mir ne Sekunde. Vielleicht ist doch das einfach noch haben können. Die Punktzahl hat sie doch auch gesagt. Bei Referaten. Okay. Da steht das drin. Aktuelle Meldung. Referaten. Referaten, ja. Aber wenn es da noch ein Punkt gibt, was man ändern sollte. Da ist ja auch ein Body Pferd. Ja, leider doch. Na ja, hier délai ich mir weiter . Stopp. Ich würde leider nur fahren Untertitelung des ZDF, 2020